hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf vizomania ich stehe immer noch beim spätrupp und ich würde mal vorschlagen ich stöze mich theoretisch könnte ich wieder die und vielleicht mache ich die später auch noch aber jetzt wollte ich erstmal weil mit level 10 wartet die nächste umfrage und dort könnte es dann wieder schlüssel geben diese schlüssel braucht man ja jetzt gerade ein paar bären besiegen wenn man sich hier quasi welche von den zwielichtlattern besiegen selbst wenn man dann ein zu viel gedroppt hat heißt es letztendlich immer noch dass das andere verschwindet dann ich bin aber noch nicht fertig denn ich muss quasi noch die gestohlenen rationen dann kommt es schon mal vor dass ich gegner entdecken solange die euch nicht angreifen ist alles gut wenn die euch angreifen dann möchte die aktion ab das heißt auch das sammeln aber an sich ist das halb so wild normalerweise macht man es dann quasi aussammelt ja damit haben wir die blauen das hier beendet ihr seht schon das geht alles relativ schnell noch im moment machen wir noch sehr viel schaden an den monster die haben wenig leben und wir müssen noch nicht viele monster besiegen es ist ja immer so ein mo-artig ist am anfang geht alles ratzfatz man levelt schnell und dann irgendwann kommt dann der break wo es dann immer langsamer wird problem wären haben wir ausgeschaltet so die fest haben wir abgeschlossen man könnte jetzt quasi da hoch gehen wo drei mache ich jetzt nicht auch wenn ich noch nicht level 10 ich mache jetzt schnell die törscher quest törscher janschi dann kann ich quasi nach dort wieder zurück wind wandeln und dann also ich hätte auch von dort jetzt hier hin hin wandeln können und dann später wieder zurück dann wäre das ganze noch schneller gegangen ja das kostet doch vor so und was gar nicht hier ja stimmt aber es geht halt schneller dr yangtxi und ist der height erstaunlicherweise ist heute noch niemand da der die er so wird nicht mehr so erstaunlicherweise ist heute noch nicht mehr so Ja, was denn? Man kann doch nicht handeln. Man muss nämlich in Blade & Soul eine bestimmte Stufe erreicht haben, um handeln zu können. Und deswegen geht das nicht, was er vorhatte. Ja, man vergisst das schnell, aber es ist wirklich so. Ich glaube, man muss Stufe 12 oder so erreicht haben, um handeln zu können. Und er möchte mir jetzt quasi die Gäger verpassen. Hat aber jetzt quasi, äh, ja. Das Problem gehabt, dass er sie mir nicht rüberhandeln kann. Und ich sollte jetzt gleich Post bekommen. Da kann ich euch auch das Briefsystem mal zeigen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ja, oder man kann mir auch noch keine Post schicken. Für irgendeine Lust. Aber das sollte an sich gehen. So, das Stempelbrett kann wieder benutzt werden. Dann mache ich das eben. Egal, welche Zahl jetzt kommt. Ich bin auf jeden Fall... Also, wenn man Post erhalten möchte, dann geht man hier auf Post. Und dann kann man sich die Gegenstände einfach nehmen. So, jetzt haben wir wirklich genug Essenzen, um am Glück wahrzureden. Äh, drehen. Das ändert aber nichts daran, dass hier die Schlüssel fehlen zum Öffnen. Aber gut. Ich kann jetzt schon mal vorsammeln, letztendlich. Das ist auch gar nicht so schlimm. Wird jetzt ein bisschen dauern, das Drehen. Und... Die Anzahl an Bugurs, die ich hier momentan habe, wird auch größer werden. Aber das ist auch nicht schlimm. Es gibt, äh, ja, Bugur-Erfolge. Und... Die kann man dann halt irgendwann mal machen. So. Wie viele habe ich noch? Fünf. Da musst du ein bisschen warten. Ich bin hier erst mal beschäftigt. Aber, ihr seht schon, es gibt tatsächlich auch nette Leute in so einem Öffs. Wie geht's? Man glaubt es ja kaum. Also, die meisten denken ja immer so, ah ja, da hilft doch eh keiner. Und... Das Spiel ist doch schon voll lange draußen. Im Low-Bereich... Also im ganz Low-Bereich gibt's eh genug Leute. Und darüber hinaus... Vieles schafft man sowieso alleine. Man muss halt nur richtig rangehen. Und... Wieder nicht den besonderen Schlüssel bekommen. Letztendlich... Ist das halt immer so eine Sache. Wenn man fragt... Und das vernünftig macht... Gibt sicherlich ein paar Leute, die einen auslachen. So nach dem Motto... Ha ha, du Low-Bereich weißt das nicht. Aber es gibt sicherlich auch ein paar Leute, die einem eine ehrliche Antwort geben. In der Regel sieht man diese Leute dann als anderer Spieler nicht. Weil die dann... Direkt per Flüster antworten. Und quasi den Leuten dann die Möglichkeit geben, auch nochmal nachzufragen. Sieht ihr, jetzt habe ich vergessen, zurück Wind zu wandeln. Aber es ist auch nicht schlimm. Hat jetzt nicht viel länger gedauert. So. Ich habe inzwischen zwei Silber. Das reicht aber immer noch nicht für ein Schlüssel. Der Argo müssen wir weitermachen mit der Hauptquests. Und... Im Versteck... In der Festung der Zwielichnatter. Ich glaube, so nenne ich auch das Video. Dort... Erwarten uns drei Quests. Die blaue hier. Dort müssen wir... Ähm... Den Varus-Kleid von Magumum... Erbeuten quasi. Dann haben wir die Hauptquests. Und dann... Da haben wir nochmal ein Treffen mit Mugha-Joon. Aber vorher... Haben wir hier am Eingang jemanden, mit dem wir sprechen müssen. Mal gucken, was der zu sagen hat. Sie ist schwer bewacht, wie immer. Sind das die Befehle? Ja, bitte. Kein Worte bei den Anker. Und sie sind von Kusim unterzeichnet. Sie ist eine der beiden Anführerinnen der Zwielichnattern. Und dank euch jetzt sogar die Einzige. Kusim ist alles, was die Zwielichnattern zusammenhält. Erfahren wir nicht mehr, können wir sie wenigstens aufhalten. Ja, das ergibt Sinn. Ich sage, wozu ihr fähig seid. Im Ernst. Ich würde nur im Weg stehen. Wir treffen uns später im Lager. Da hat er wohl recht. Denn wirklich stark sieht er ja nicht aus. So, ihr könnt dann natürlich, wenn ihr jetzt Elementarkämpfer macht, gibt es direkt sogar einen Erfolg. Stufe 10 erreicht. Ähm, wenn ihr Elementarkämpfer macht, könnt ihr natürlich immer was zu verbreiten. Und dann gerade ausschalten, bevor sie euch erreicht haben. Ich muss jetzt aufpassen auf Items. Und dann ist das, dass ich schon wieder was biegen lasse. Boah. Ah, um die Umfrage kümmere ich mich gleich. Erstmal stehe ich nicht. Ihr müsst euch noch auf den Elementarkämpfer in diesem Gegensatz benutzen. Also, wer sich hier Sorgen macht, so nach dem Moment, so, ah, die Waffe, die Kirsch hat das noch immer noch nicht. Und du kommst ja nicht weiter, direkt danach, die es weiter fallen. Also, nach dem Kirsch hat es in der ersten Mal lange Zeit keine neue Waffe, die man braucht. Und dann in Stufe, ich glaube 20 ist das so gut, ja. Na? Wir haben das Kleid bekommen. Das verschwindet auch direkt aus dem Elementar. Das ist ganz, ganz nett. Versucht es später noch einmal. So, jetzt können wir hier das kritische Wagyu anlegen. Ähm, also wie gesagt, es dauert etwas, bis man wieder eine neue Waffe bekommt. Quasi zum verwandeln ist es dann. Wenn wir noch mehr Durchbruch. Es ist immer so, jede Waffe, die ihr habt, wird von 1 bis 10 verletzert. Und, äh, quasi auch von 5 bis 5 auf die Gesetze. Nichts, wenn wir einen Durchbruch machen, braucht ihr eine Waffe und bestehrend 3 Items. Und auch diese 10 könnt ihr dann die Waffe, die Hong-Gun-Waffe vor allem, verwandeln. So. Dann auch das hier anlegen, das anlegen. Ihr seht schon, so langsam fühlt sich das, jetzt mit dem, achso, hab ich quasi das eine Wagyu mit dem selbigen ersetzt. Ähm, so langsam fühlt sich das hier mit dem Wagyu, der schwarzen Ramme und das Inventar fühlt sich auch. Ja, mit Items. Das ist aber auch alles halb so wild. Ja, das gilt, der Größteil der Sachen, die hier sind, hier in dem unteren Bereich, ist sowieso nicht wertvoll. So. Wir nehmen den Auftrag. Können jetzt quasi, könnten jetzt schon zum Lager zurückkehren, aber Buddha Hajun hat sich hier ja noch versteckt. Das Portal ist wirklich ein bisschen versteckt. Hier kommen wir auch wieder nicht raus. Also müssen wir hier jetzt weitergehen. So, mal gucken, was er diesmal zu sagen hat. Ihr schlagt euch schon besser. Die Zwielichtnattern sind nicht gerade als zimperlich bekannt. Heute lernt ihr eine Kombo mit Gerader Schlag. Wenn ihr nach Gerader Schlag einen kritischen Treffer mit Kobaltschlag landet, könnt ihr sofort zu Eiserne Schulter übergehen. Ihr benötigt Fokus, um eure Fertigkeiten zu verbinden. Denkt daran, greift jetzt die Trainingspuppe dort drüben mit der Kombo Gerader Schlag, Kobaltschlag, Eiserne Schulter an. Oh, und macht euch um kritische Treffer keine Sorgen. Für diese Übung gebe ich euch Deckung. Bereit? Legen wir los. Tja. Er hat schon ziemliche Eigenausenringe. Also wir brauchen Fokus. Das sind die Punkte hier. Das hier unten ist übrigens Windwandel. Okay. Das ist übrigens Ski und das sind LP. Wer hätte das gedacht? Das sind LP. Oh mein Gott. Mana gibt's nicht. Gibt nur Fokus. Das ist ein asiatisches Spiel. So, wir müssen jetzt quasi die Kombo hier machen, die der gesagt hat. Also links, links, rechts, links und dann F. Ja, die ist auch glaube ich schon ein paar Mal aufgeleuchtet. Kann man die nochmal machen? Und nochmal. So. Und von solchen Kombofähigkeiten gibt's in Blayton schon mehrere. Und solche Komboos lernt man quasi hier schon mal kennen. Aber wirklich meistern tut man die Räschung und die selber einsetzt gegen Gegner und Bossen. Bildet euch bloß nicht zu viel ein. Ihr müsst noch viel trainieren. Bald schicke ich euch wieder einen Brief. Bis dann. Ja, damit haben wir auch dieses Training beendet. Es war wieder sehr kurz, aber es ist irgendwie kein Wunder, wenn er die Nacht durchgecheckt hat mit diesen Augenringen. Dann wird das halt auch so ein bisschen schwierig mit Training. Falls ihr euch fragt, warum meine Stimme so ein bisschen belegt ist. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich war nicht gestern feiern den ganzen Tag wie jemand anderes, den ich kenne. Sondern nein, ich hab mich einfach ein bisschen erkältet. Deswegen ist meine Stimme heute auch, glaube ich, ein bisschen leiser als sonst. So. Ich mach jetzt erstmal die Umfrage. Auch wenn man hier jetzt nichts Besonderes bekommt, was mir weiterhilft. Bitte bewertet die Gesamterfahrung mit dem Tutorial. Also eher gut. Ist nicht perfekt. Wie fesselnd fandest du das? Ja, okay. Ich sag jetzt mal fesselnd, weil an sich ist es schon spannend. Ich spiel's ja jetzt nicht zum ersten Mal. Wie gut hat dich das Tutorial auf so ein Rest des Spiels vorbereitet? Also ich würde sagen gut. Nicht sehr gut, aber gut. Was hältst du von der Ausgangssituation? Ja, sorry. Also ich persönlich finde die sehr spannend, auch wenn ich schon weiß, wie es weitergeht. Aber Plated Solar tatsächlich mit die beste Story in einem MMO-Epic Ja. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, es ist ja auch nicht sehr schwer. Die meisten lesen sich die Story sowieso nicht durch, deswegen kann ich das jetzt einfach behaupten. Aber ihr werdet das ja mitbekommen haben in diesem Video. Wir sind jetzt hier quasi auf einem Rachefeldzug gegen Jin Tsu Yun und ich gegen Jin Bayou. auch wenn die so ähnlich heißen. Und ja, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ja, aber die ist hier gefordert. Der südliche Anker, südöstliche Küste. Gut, aber Wungsam ist der Kunde? Er ist furchtlos. Er ist Wungsam. Er ist Wungsam. Er ist Wungsbruder und auch ein Leutnant der schwarzen Ramme. Warum würde er? Er muss auf dem Weg ins Bambusdorf sein. Es bleibt keine Zeit. Ich gehe jetzt zum Dorf. Geht ihr zum reinigenden Feuer und warnt die Gun für mich? Beeilt euch! Ja, das machen wir. Aber vorher haben wir hier noch eine andere Quest. Da. Und jetzt kann man tatsächlich das Windwandeln dann einsetzen. Windwandeln mit 6 Bronze Gebühr zurück. Und jetzt gleich kommt bestimmt da alles gut. Oder? Ja. Und genau das ist das Problem bei so ganz kurzen Strecken. Wenn man jetzt nicht den besten PC hat, der Ladescreen geht zwar jetzt relativ schnell, aber wenn man nicht den besten PC hat, macht es schon fast Sinn zu laufen. Es dauert ungefähr genauso lange. Wenn man jetzt direkt da wäre, weil man einen guten PC hat, dann geht das schneller. Aber wenn man echt so einen hat, wo der Ladescreen erstmal abkackt und das Spiel so rumzickt, dann bringt das halt nicht viel. So. Pullt das Bein von Wong, bin namens Leichnam in der geschändeten Luft. Das machen wir jetzt auch noch. Auch nicht. Erstmal mit der Hauptkasse weiter. Ich dachte, ihr werdet schon weg. Wongsam hat Schießpulver von den Nattern gestellt. Wongsam? Die schwarze Ramme und die Nattern arbeiten zusammen? Was haben sie vor? Yvongsa Wongsa, toller Name. Glaubt, sie wollen es in Bambus drücken. Euch kann man doch vertrauen. Wir vermuten, dass es hier einen Spion gibt. Der Standort unseres Schießpulvers war geheim. Wenn ich den in die Finger kriege, ich drehe ihm den Hals um. Er muss hier aus der Stadt sein. Vielleicht sogar von der Woche. Ich muss Yvongsa aufhalten, bevor er das dem Spion verrät. Er redet einfach zu viel, wenn er nervös ist. Wartet. Jemand muss Ha Jung Wang warnen. Ich habe ihn gerade an die Küste geschickt. Dort ist der leichte Beutel. Bitte findet ihn. Er ist unser einziger Sprengstoff Experte. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr müsst ihn finden. Auch das Kapitel haben wir abgeschlossen. Und bei dieser Quest gibt es dann sogar als Belohnung ein Kostüm. Aber ich gehe jetzt erstmal hier in die Kuft rein. Ein schauriger Ort. Die Geister auf einen warten. Ja, nur ein anderer muss hier tatsächlich sogar schon Feuer gewesen sein, bevor er hier hin muss. Das ist neu hier. ein das reich kann. Und man kann theoretisch sogar noch weiter rein sehen. Ihr seht ja, das geht noch weiter. Ich habe keine Queste für. Ach, hat ich. Sie siegt Mikuro in der geschändeten Kunft. Genau. So, was machen wir? vorher das war hier. Oh, da habt ihr gerade gesehen, da war die Kombofähigkeit, die man einsetzen konnte, aber das war zu verbot und links rechts rechts ja kein Fokus wie ein Mist aber das war die kombo der stein starb des auch wenn wir jetzt hier ist man kann theoretisch rauswind wandeln aber man kann eigentlich überall sind waren also fast und ja wer halt wind wandeln möchte er kann das tun ich probiere das karten wenn es die instanz ist dann man kann wenn man dann auch einfach abbrechen ich gerade man läuft dann schon nach vorne und dann hat man sehr praktisch weil manchmal überlegt man sich dann doch noch anders wie ich gerade und dann kann man es einfach nicht so muss das sein darf nicht sein dass man direkt wandelt und dann ganz viel silber los denn nachher kostet wind wandel silber also wohnen entfernt so wir haben die kaste auch abgeschlossen mit dem einen müssen wir nur sprechen dann müssen wahrscheinlich noch mit dem anderen sprechen und die andere quest ist komplett beendet komplett beendet ist dort ist dann ich habe ihn getötet hier gibt es zwei kostüme zur auswahl man kann sich jetzt angucken welches ist ein besser gefällt ich mag eigentlich die farbe haben besser auch wenn ich das kostüm nicht besonders schön und ich hatte gerade so jetzt kann ich doch hier mit der bambus wache blablabla sprechen was ist geschehen so beschwert jungen in ihrem grab auf dem monschatten ja jetzt muss ja noch geister beschweren warum so vorne ist das grab hier sollen wir die karte beschweren ja damit haben wir ihr den brief gebracht haben wieder in bagur bekommen was wir schon hatten aber halb so wild ja wir haben ja auch versiegelter stein statt des phoenix sieht komisch aus ähm wir haben jetzt hier die glühenteil zur hong und drachenschuppelt die erhalten in der p im kampf von 100% wir haben einen beutel mit kristallen wo dann ein paar kristallpulver drin sind also wir haben wieder einiges dazu bekommen hier auch vom aufwerten ein paar waffen bringt halt nix solange ich die pöscherwaffe nicht habe ja damit dass dieses video auch wieder zum ende gekommen ich hoffe euch hat es gefallen danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal euer